Hallo, könntest du mir das bitte beflocken? Ja, gerne. Was soll denn drauf aufs Trikot? Die 13 von Bittencourt. So, da ist das gute Stück. Leo, kommst du mal bitte? Hallo. Hallo. Ja, schönes Trikot. Soll ich das dann beim nächsten Spiel für dich tragen? Ja, bitte. Ja, dann machen wir das doch. So, dann machen wir noch eine Wittung drauf. Wie ist denn dein Name? Daniela. So, und dann sehen wir uns nach dem Spiel. Ich freue mich. Die 13, Leonardo. Hi, Daniela. Hat nicht ganz gereicht, aber coole Aktion. Danke, dass du das viel mitgemacht hast. Gerne. Tschüss. Vielen Dank.